Das Quarten ist doch in... Machen das die Kids von heute noch? Ich weiß nicht, ich glaube längst schon nicht mehr. Ich wollte gestern bei dem Schulfest, wo ich gemischt hab, noch fragen, ob die Kinder von heute noch so Skü und Brr sagen. Aber ich kam nicht dazu. Ich glaub, da wäre sie seine Hüftprothese rausgerutscht, wenn du das gefragt hättest. Direkt ungefallen, tot.